Hallo und herzlich willkommen mal bei was anderem. Ja, ich war auf Viersprung, das ist jetzt ein bisschen her, und dazu habe ich ein bisschen aufgenommen. Ich habe ein bisschen, ja wie gesagt, aufgenommen, aber ich habe ein bisschen gewackelt, das liegt daran, weil ich unter Jagdfieber stande in dem Moment, das haben viele Jäger, das heißt, man fängt an zu zittern, weil man richtig heftig unter Adrenalin steht, das deswegen nicht böse nehmen und ganz am Ende habe ich noch ein paar Bilder, zwei Bilder hinzugefügt, da war es schon ziemlich dunkel für die Kamera, man müsste es besser hinsehen, dann erkennt man auch die Hirsche, es ist ein Hirsch und ja, dann sage ich einfach mal, jetzt viel Spaß dabei, jetzt kommen noch ein paar andere Videos davon, mit Zaun und so, ich habe auch schon ein paar hochgeladen, dann wünsche ich euch erstmal von meiner Seite viel Spaß. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.